Veko Dino Red & Green Fontaine Das ist sie auch aus dem Dino Hero Bag Also ist ja die neuheiße 2013 von Veko Ich glaube die NEM steht ja auch nicht drauf Nee, nur dass der Hersteller Veko ist Was auch eigentlich ganz cool ist Was ich mir dazu sagen kann Naja, dann teste ich es auch diesmal Achso, und die habe ich auch zweimal Sehr schön Sehr, sehr schön Fontaine So, Nummer 2 Oh, das ist gut Oh, das ist gut Das ist gut auch das ist gut Entschuldigung tales